Polizei Station Raccoon City. Wir finden hier gleich Leon S. Kennedy. Ach guck mal, wer... guck mal. Guck, da ist er. Hallo. Hallo. Hast du gehört, Hütti? Nö. Jetzt hab ich schon was gehört. Alter, du musst... Komm her, komm her, komm her, komm mit, folge mir. Wo bist du denn? Hütti, wo bist du denn? Ich bin dumm. Weiß ich doch nicht. Du hättest mir folgen müssen. Der rennt einfach irgendwo hin. Der ist jetzt bestimmt auf der Toilette. Ich will raus. Ich bin gefügt. Oh Mann, ey. Willst du mich mal anzunehmen? Da keine Taschenlampe hat. Du bist einfach durch mich durchgelaufen. Gar nicht wahr. Du bist irgendwie durch mich durch. Hütti. Oh nein. Nicht die Gespensterfrau. Jetzt wirst du hier meinen. Ey. Hey. Halt. Ist die noch hinter dir? Ah, heiner. Sei gegrüßt. Hallo. Du kriegst doch erst mal den Weg ab. Ich hör. Hütti, ist die noch? Wo bist du denn jetzt schon wieder hin? Ah, da. Komm her jetzt hier. Kinder, sie rennt mir hinterher. Ich hab Angst. Ja, ich glaube, sie hat noch zu Ihnen. Komm, komm, komm her. Komm hier. Wir gehen hier ran. Gucke hier. Gucke. Komm. Komm. Das ist jetzt natürlich blöd. Super, Kinder. Schönen guten Tag. So, und wehe, hier verkackt einer. Verkackt. Oh, das war knapp gerade. Jut. Ja, ja. Ja, steht eh erst mal high. Stark. Oh, genau. Hä, wo hast du denn jetzt? Kannst du das mal kaputt machen? Na, konnte ich das nicht mal kaputt machen? Äh, das geht automatisch kaputt wegen deinem Purglauber. Äh. Die kommen gerade zu euch, glaube. Ah, Quatsch. Seid ihr, seid, seid ihr runter? Seid ihr runter? Ja, wir müssen runter. Okay, warte. Wir müssen runter, Chris. Kommen wir zu euch. Seid ihr, äh... Wir müssen runter und dann, und dann rechts. Also nicht geradeaus, wir müssen dann runter und dann rechts. Halten sie stehen. Ich seh dich. Ah, hier bist du. Aber ich hab Hiti verloren. Das ist gerade eine doofige Samtsituation für mich. Hiti, Hiti biecht immer irgendwo rechts weg. Ah, ne, Hiti. Ach, da ist er ja. Echt? Da kommt dann einfach immer irgendwo anders raus. Das ist wie so Slenderman, der einfach irgendwo dann... Komm zu euch, komm zu euch, komm zu euch. Hiti, renn! Ey, jetzt hörst du mich mit rein. Hau ab! He's rewind, he's rewind! Lass mich mit rein! Hau ab jetzt! Lass mich auch rein! Hä? Wo war denn mein Generator? Ich glaub, mein Generator fertig gemacht, das ist... Oh, ich hör ja auch irgendwo ein Kino. Ja, ich auch. Den hab ich die ganze Zeit so schön gemacht. Echt auch, Hiti. Hiti, hast du dich verloren? Das weiß ich nicht. Der rennt einfach durch die... Der rennt durch die ganze Map. Der rennt... Der ist gleich einfach draußen. Der ist gleich draußen, obwohl Generatoren fehlen. Den siehst du irgendwo einfach gleich so am Bild vorbei rennen. So... Danke. Ey, du auf der Map hier einen Haken gefunden hast. Das ist ja furchterlich. Ja so. Ey, wir laufen hier schon zum dritten Mal an dem gleichen Generator vorbei, Alter. Wir müssen mal auf die andere Seite der Map. Ja... Komm, ich bin mal an der gleichen Stelle. Hahahaha. Hahahaha. Also wer mein Resident Evil 2 Projekt verfolgt hat auf YouTube, der kennt die Map. Hab ich nicht. Schön. Ich hab vorher gespielt. Echt super interessante YouTuber. Na, danke. Hiti, ich höre übrigens die schon wieder. Die ist... Aber das ist so laut ausgesprochen. Hatsport auch ein bisschen. Ah! Oho. Hiti. Ganz ruhig. Ganz ruhig. Ganz ruhig. Äh... Hiti. Wo seid ihr denn? Hiti. Äh... Hiti. Bleib genau da wo du bist einfach gerade. Sie kommt schon wieder. Hä? Hahahaha. 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 Das ist wirklich wie Verstecke spielen. Hahahaha. 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 Wird die, sie kommt? Ey, hier bin ich, hier bin ich, hier bin ich, huhu! Hallo! Oh oh! Tom, ey! Das macht Spaß, muss ich sagen. Die benutzt gerade ihre Fähigkeit, glaube. Ja, also darf ich nicht mal rein. Super! Wenn man sehen könnte, wie lange man vor dem Keller weggerannt ist, dann wäre ich glaube ich drei Minuten vor da weggerannt. Bin da, Justin, bin da. Schönen Tag, bin auch da, hallo. Judy, wo bist du? Ich hab versucht, den Generator sogar mal hören. Aber ich nicht, wo ich da bin. Keine Ahnung. Okay! Mann, Alter, jetzt! Alter, der schreit immer wirklich wie der von Kevin. Ja, der schreit wie Morph. Das Ding sind sie nicht. Das ist wie Eisen. Ja, so schreit der, Alter. Ehrlich. Ich sehe jedes Mal, wenn der schreit, sehe ich die Fresse von Morph. Ich hab das dieses Jahr noch nicht einmal geguckt, ne? Ich auch nicht. Warum denn die ganze Zeit ich? Ich kann nicht mehr. Ich schwitze. Das ist vom Schreien, ja. Da kannst du inzwischen ne Wasserflasche von Föhn. Ne Drei-Wieder-Flasche aber. Ey, das ist gar nicht gut. Sie hängt nur noch an der Verperze. Judy, hast du die Tür aufgemacht? Ja! Das ist ja Weltklasse! Also den Jen. Wo finde ich die so komisch, Dings? Was? So ne Tür? Ne, in der Haupthalle! Äh, du geh in der Haupthalle! In der Haupthalle! In die große Halle! Ja, danke! Wenn ich wüsste... Ne, geh nicht in der Haupthalle! Geh auf der rechten Seite von der Haupthalle! Schnelle! Gib alles! Ohhhh! Hahahaha! Alter! Ist ja eigentlich noch! Alles gut bei dir, Junge! Hahahaha! Alter! Mein Herz! Alter! Hab ich mich erschrocken! Ohhhh! Ja, Feline, auch ab! Hahahaha! 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 Mein Herz! Da sind gerade die Tränen gekommen! Alter! Hahahaha! 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 Bist du jetzt tot? Ja! Das ist gut! Ich hing schon zweimal! Ey, ich bin locker 5 Minuten vorher weg hier ran! Ich darf jetzt duschen hier hin! Oh oh! Wir schaffen das! Wir schaffen es! Oh oh! Wir müssen mir mal helfen! Ich hab hier ein Problem! Nein! Nein! Wo seid ihr denn? Ihr seid ja an dem völlig anderen Ende der Map, Alter! Ja, wir sind am Ausgang! Ja, toll! Ja! 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 Das kann doch nicht wahr sein! Ja! Ja! Das Problem ist, ich kann den halt niemals holen! Schnell! Folgt mir! Und folgt doch schnell! Schnell! Ah, folgt mir schnell! Super! Gut abgelenkt! Nein! Also, ne? Hier nicht, ne? Wir müssen noch weiter! Steh! Renn! Wo ist Hütti hin? Ich weiß es nicht! Hütti, bist du raus? Ja! Sie kommt, Dom, sie kommt! Renn! Ich schaff das nicht! Geh ohne mich weiter! Dom! Tom! Sie hört mich gleich! Wir sind raus, Sky! Schnell! Weg raus! Oh mein Gott! Das war knapp! Ist Hütti raus? Oh Gott sei Dank, ey! Ey, ich bin förmlich die komplette Runde, glaube ich, vor der Weg. Alter, ist wirklich so! Wir sind, glaube ich, zehn Minuten einfach. Ey, wirklich, das war einfach nur eine Katze Mausjagd mit mir. Wirklich, ich habe die Runde wirklich nichts anderes gemacht. Ich bin nur hier ran vor, Jörg! Ey, ich muss sagen, du musst halt bei der, auf der Map musst du halt echt zurechtkommen. Ich komme nie von der einen Seite auf die andere. Das war's! Das war's!